Herr Finanzminister Gernot Blümel und dem stellvertretenden Spatenobmann Robert Zadrazil. Herr Finanzminister, bitte. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen. Wir wollen Ihnen heute einerseits einen Überblick geben, wie weit der Umsetzungsstand der bisher gesetzten Maßnahmen gelaufen ist und darüber hinaus auch weitere Maßnahmen verkünden, wie es leichter werden kann für Unternehmen, die Liquiditätsschwierigkeiten haben, diese herausfordernde Zeit zu überbrücken. Sie wissen, wir haben ja als Bundesregierung einen Schutzschirm über die Volkswirtschaft von 38 Milliarden Euro gespannt. Dies umfasst mehrere Bereiche. Einer davon ist die Möglichkeit, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Steuerstundungen beantragen können oder die Herabsetzung der Steuervorauszahlung beantragen können. Das läuft auf Hochtouren. Bisher wurde davon 62.700 Mal Gebrauch gemacht. 62.700 Mal wurde das beantragt. Und über 60.000 dieser Anträge sind bereits positiv erledigt. Das ist ein Äquivalent zu einem Volumen von ca. 2 Milliarden Euro. Also durch diese Maßnahme verbleiben derzeit 2 Milliarden Euro mehr an Liquidität in den Unternehmen für diese schwierige Zeit. Ein zweiter Bereich sind die Garantien und Haftungen, die der Bund übernehmen wird von bis zu 9 Milliarden Euro. Hier haben wir ja verschiedene Förderinstrumente, die es bereits gibt, die wir für diese Abwicklung nutzen wollen und neue werden dazukommen. Von denen, die es bereits gibt, zählt die Kontrollbank dazu für Exportkreditgarantien beispielsweise. Hier haben wir die Mittel um zusätzlich 2 Milliarden Euro aufgestockt und das wird sehr, sehr gut auch angenommen. Bei der AWS stocken wir jetzt auf bis zu 1,25 Milliarden Euro den Haftungsrahmen aus und bei der ÖHD bis zu 625 Milliarden Euro. Hier gibt es traditionelle Instrumente, die bekannt sind, wo auch die Abläufe beschleunigt werden, um eben schneller auch zu diesen Garantien kommen zu können. Wir haben darüber hinaus das 4 Milliarden Euro Soforthilfepaket bereits vor einigen Wochen konzipiert und da ist bereits viel Geld geflossen. Einerseits 100 Millionen Euro für die 24-Stunden-Betreuung, weil es auch hier große Probleme gibt, da Pflegerinnen und Pfleger vor allem aus Osteuropa derzeit ausbleiben durch die Grenzschließungen. Hier braucht es unmittelbare Hilfe und deswegen haben wir aus diesem Bereich, aus diesem Fonds bereits 100 Millionen Euro zusätzlich ausgezahlt. Für Forschung 22 Millionen Euro mehr, um den Kampf gegen das Virus auch auf dieser Ebene aufzunehmen. Für den Ankauf medizinischer Produkte ca. 130 Millionen Euro und ein großer Bereich die Kurzarbeit. Hier waren ursprünglich 400 Millionen Euro vorgesehen, ich darf Ihnen heute mitteilen, dass wir diesen Rahmen auf bis zu einer Milliarde aufstocken werden. Wir sehen nämlich, dass die Kurzarbeit sehr, sehr gut angenommen wird, es gibt viele, viele Anträge, noch mehr Anfragen und hier wird derzeit abgearbeitet. Das ist ein Instrument, das höchst flexibel ist, es gibt keine derartige vergleichbare Konstruktion in Europa. Wir haben hier ein einzigartiges Modell auch gemeinsam mit den Sozialpartnern erarbeitet und das wird auch entsprechend angenommen. Danke auch dafür, aber dafür braucht es mehr Geld als ursprünglich vorgesehen, deswegen statt 400 Millionen bis zu einer Milliarde. Darüber hinaus gibt es den Härtefallfonds, vor allem für kleine Unternehmen und EPUs und hier kann die erste Stufe, die Soforthilfe, die sehr rasch und ohne wesentliche Nachweise, dass man hier getroffen ist, in Anspruch genommen werden kann, beantragt wird. Seit gestern Abend 17 Uhr, da hat mir die Wirtschaftskammer heute gesagt, sind 30.000 Anträge eingegangen, 45% davon sind bereits erledigt, dass für diese erste Phase 1.000 Euro Soforthilfe. Eine zweite Phase, wo die Richtlinien gerade in Ausarbeitung sind übers Wochenende, wird es geben, wo man dann insgesamt bis zu 6.000 Euro, bis zu drei Monate in Anspruch nehmen kann, um eben die privaten Kosten, die noch immer da sind, die Fixkosten, die Miete, die Betriebskosten abzudecken, dafür eben dieser Härtefallfonds, deswegen heißt er auch so. Darüber hinaus gibt es 15 Milliarden Euro für den Corona-Krisenfonds, hier geht es darum, dass vor allem jene Unternehmen, die von den Schließungen durch das Pandemiegesetz betroffen sind, zu einem staatlichen Kredit kommen können, wenn man so will, Wovon 75% der Betriebskosten nicht zurückgezahlt werden müssen. Das sind die Kriterien, entweder maximale Höhe Quartalsumsatz oder 120 Millionen Euro und 75% der Betriebskosten müssen hier nicht zurückgezahlt werden, um eben die Not, die es auch gibt, durch die Corona-Krise zu lindern. Ich weiß und ich kann nachvollziehen, dass es viele Unternehmen gibt, die jetzt versuchen, schnell all diese Instrumente in Anspruch zu nehmen. Wir arbeiten auf Hochtouren, dass diese rasch zur Abwicklung kommen. Wir haben uns auch angesehen, ob es andere Länder besser machen. Wir haben jetzt noch kein Land gefunden, das so viele verschiedene Instrumente bereitstellt. Die allermeisten machen eine kleine Direktzahlung, sonst darüber hinaus nur Garantien, keine Kreditmöglichkeiten. Gerade für größere Unternehmen ist die Möglichkeit, dass bis zu 75% der Betriebskosten faktisch vom Staat übernommen werden, wenn sie von den Schließungen betroffen sind. Wir sind beispiellos in Europa. Frankreich, weiß ich, hat einen Fonds aufgesetzt bei kleinen von bis zu 1.500 Euro mit einem Fonds von einer Milliarde. Also das wird, glaube ich, nicht reichen, aber jedes Land geht hier seinen eigenen Weg. Das heißt, wir versuchen auch Best-Practice-Beispiele zu finden, die wir in Österreich kopieren können. Aber ich muss sagen, wir sind hier in vielen Bereichen nicht nur, was den Kampf gegen das Virus betrifft, sondern auch was die Maßnahmen betrifft und die Umsetzung unter den Ländern, die es am schnellsten machen. Wir brauchen dabei bei all diesen Maßnahmen natürlich auch Hilfe von anderen Institutionen, von anderen Sektoren. Das ist keine Krise, die irgendeine Institution alleine bewältigen kann. Hier müssen wir alle zusammen helfen. Und da spielt natürlich der Bankensektor eine wesentliche Rolle. Die Banken sind nicht nur in guten Zeiten der Transmissionsriemen von der Zentralbank hin in die private Wirtschaft, sondern denen kommt auch in Krisenzeiten jetzt eine wesentliche Aufgabe und Rolle zu. Der Bankensektor hat in den letzten Jahren ja seine Hausaufgaben gemacht. Er steht gut da in Österreich. Wir haben aus der Bankenkrise gelernt und die Eigenkapitalunterlegungen und auch die diversen MPL-Ratios und andere sind sehr, sehr gut bei den österreichischen Banken. Das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, dass hier auch rasch und unbürokratisch geholfen werden kann, wenn man auch die Banken lässt. Das muss ich dazu sagen, denn es gibt viele Regulierungen, die aufgebaut worden sind, die momentan auch ein rasches Helfen teilweise erschweren. Hier sind wir auch mit der europäischen Ebene, mit den Regulatoren im Gespräch, dass das möglichst entbürokratisiert wird, damit man auch schneller helfen kann. Bisher ist bereits einiges passiert. Ich darf Ihnen ein paar Zahlen nennen aus dem Bankenbereich. Es sind neue Kredite seit letzter Woche im Volumen von 6,2 Milliarden Euro vergeben worden. Im Vergleich dazu in normalen Zeiten sind das ca. 2 Milliarden Euro, also ein Vielfaches davon. Und im selben Zeitraum sind über 21.500 Kredite von Banken bereits gestundet worden. Das ist eine Verfünfzehnfachung im Vergleich zum normalen Bereich. Dennoch gibt es hier weitere Eingpässe. Wir haben viel mit Unternehmen telefoniert die letzten Tage, ich persönlich genauso wie viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung. Und wir wollen auch alle Informationen, die wir aus der Unternehmenschaft bekommen, genau durchsehen, wo können wir noch Dinge verbessern und weiterhelfen. Und da ist natürlich einer der Eingpässe jetzt, dass die Unternehmen, die Kurzarbeit beantragt haben, aber die Kurzarbeit-Summe noch nicht vom AMS überwiesen bekommen haben, eine Herausforderung haben, was die Löhne, die Auszahlung der Löhne betrifft. Das heißt, wir haben hier einen Liquiditätsengpass. Und deswegen müssen wir einerseits die Summe für die Kurzarbeit aufstocken, das tun wir hiermit, von 400 auf 1 Milliarde Euro. Und aber andererseits auch dafür sorgen, dass das Geld schnell bei den Unternehmen ankommt. Und da spielen die Banken eine wesentliche Rolle. Deswegen freut es mich, dass hier eine Lösung zustande gekommen ist mit dem Bankensektor, wo wir sicherstellen, dass wenn das AMS die Bestätigung ausgestellt hat, dass Kurzarbeit für das Unternehmen bewilligt wurde, dass diese Bestätigung von den Banken akzeptiert wird als Sicherheit für einen Betriebsmittelkredit. Und damit auch dieser Liquiditätsengpass überbrückt werden kann. Das ist eine Krise, die wir nur in Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Bereichen, mit allen Generationen bewältigen. Und da ein großes Danke an alle, die an vorderster Front mithelfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Herr Zadrasil. Ja, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Pressekonferenz. Herr Bundesminister Blümel hat ja bereits die wesentlichen Eckpunkte des Maßnahmenpakets vorgestellt, das zwischen der Bundesregierung und den Vertretern der Kreditwirtschaft entsprechend vereinbart wurde. Aber lassen wir vielleicht zu Beginn noch ein paar Anmerkungen machen zur aktuellen Situation, die natürlich uns alle betrifft. Wir alle, Sie als Staatsbürger, die Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes, die Bundesregierung und natürlich aber auch der Bankensektor sind von dieser Coronavirus-Pandemie mit einer Situation konfrontiert, die wir uns wahrscheinlich alle vor drei, vier Wochen überhaupt nicht vorstellen könnten. Und das beginnt bei den, wenn auch notwendigen, restriktiven Maßnahmen und auch entsprechend Restriktionen, unsere sozialen Kontakte zu reduzieren. Aber es geht eben auch, wie der Herr Bundesminister schon gesagt hat, einher mit den Einschränkungen in unserem gesellschaftlichen Leben. Bis aber auch, und das ist gerade jetzt auch extrem wichtig, existenziellen Bedrohungen, sei es jetzt der Jobverlust oder weil Sie einfach Ihren Betrieb nicht mehr weiterführen können. Und das sind, glaube ich, ohne zu übertreiben, dramatische Verwerfungen im Arbeitsleben, aber auch im täglichen Lebensalltag. Und in dieser Situation hat die Bundesregierung schnell entschlossen, umfassend reagiert aus meiner Sicht. Das gilt sowohl für den Schutz der Bevölkerung, aber auch für wirtschaftliche Maßnahmen und das Maßnahmenpaket, das Sie kennen, in der Summe von 38 Milliarden Euro, das sehr kurzfristig beschlossen wurde. Und jetzt in dieser Zeit, seither, geht es darum, viel Detailarbeit zu leisten, um die Kriterien eben für die unterschiedlichen Maßnahmenpakete auszuarbeiten. Und auch wir haben natürlich sehr, sehr viele Gespräche in den letzten Tagen mit Unternehmerinnen und Unternehmer geführt. Und ich verstehe vollkommen auf der einen Seite die Ungeduld, aber auch natürlich die Sorge dieser sehr, sehr schwierigen Situation. Vieles ist definiert. Weitere Punkte, wie schon auch mehrmals verkündet, werden in den nächsten Tagen eben noch ausgearbeitet und finalisiert. Und es geht aber auch darum, dass dazwischen es, und der Herr Bundesminister hat es ja schon gesagt, es sehr, sehr kritische Zeitpunkte in diesen wenigen Wochen und wichtigen Wochen gibt, die man gemeinsam überstehen muss. Und einer dieser äußerst kritischen Zeitpunkte ist eben jetzt für viele Unternehmen die Zahlung der Gehälter mit Ende März. Und gerade die von der Bundesregierung, wir haben es auch jetzt vorher noch einmal gehört, Gesetzesschritte im Bereich der Kurzarbeit sind ja ein sehr wertvolles Instrument und durchaus einzigartig, um eben hier noch größeren Schaden für die Unternehmen in unserem Land abzuwenden. Und diese so wichtigen Mittel des AMS stehen aber eben nicht sofort zur Verfügung und daher ist in vielen Fällen eben eine Liquiditätsüberbrückung erforderlich und notwendig. Und es hat also hier in den letzten Tagen mit den zuständigen Ministerien, mit der Wirtschaftskammer und mit dem AMS intensive Gespräche gegeben, wie die Kreditwirtschaft hier eben diese Vorfinanzierung der AMS-Zahlungen durchführen kann. Und damit soll eben sichergestellt werden, dass genau für Unternehmen diese kritische Phase jetzt Ende März, dieser Liquiditätsbedarf auch entsprechend überbrückt werden kann, damit eben die Gehälter in dieser Zeit auch entsprechend fließen können. Lassen Sie mir vielleicht sehr konkret die Maßnahmen vorstellen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, das eine ist eben die Finanzierung über das schon bekannte Instrument der AWS-Garantien, das heißt bei jenen Unternehmen, bei denen hier AWS-Garantie-Instrumentarien angewendet werden, kann auf das zurückgegriffen werden, um eben die Finanzierung für die Kurzarbeit auch entsprechend sicherzustellen. Auf der anderen Seite gibt es aber hier ein rein kreditfinanziertes Kurzarbeitsmodell, was soll das heißen, das heißt also hier wird die Vorfinanzierung der Gehaltszahlungen im Rahmen des Kurzarbeitsmodells über eine Überbrückungsfinanzierung, Prädigungsmittelkredit seitens der Hausbank gewährleitet. Was müssen jetzt Sie ganz konkret als Unternehmer tun, um diese Überbrückungsfinanzierung auch entsprechend zu erhalten? Der erste Schritt und das ist der wichtigste einmal, das ist die Antragstellung auf Kurzarbeit beim AMAS. Das AMAS prüft diesen Antrag der Unternehmen so rasch wie möglich und genehmigt eben den Rahmen für Kurzarbeit. Das Unternehmen, Sie als Unternehmer kommen dann zu Ihrer Hausbank, die eben auf Basis des vom AMAS bewilligten Antrags eine entsprechende Überbrückungsfinanzierung sehr, sehr schnell. Und da reden wir hoffentlich in den meisten Fällen von Stunden, für den genehmigten Zeitraum einräumen kann und die Finanzierung erfolgt eben auf Basis der tatsächlich zu erwarteten Förderung durch das AMAS. Das AMAS macht natürlich dann ganz normal weiter, erfasst und berechnet die Vergütung der Kurzarbeit an das Unternehmen und leistet dann eben die Zahlung nach Bearbeitung in ca. 30 Tagen an die Hausbank. Und auf diese Weise wird eben auch diese Vorfinanzierung der Hausbank wieder abgedeckt. Diese Regelung sichert aus unserer Sicht gerade in der so kritischen Phase jetzt eben die Zahlungen für die Gehälte Ende März und damit auch die notwendige Liquidität. Was wichtig ist, die gesamte Kreditwirtschaft hat sich hier bereit erklärt, diese freiwillige Selbstverpflichtung ab sofort umzusetzen und damit, wie wir glauben, einen sehr unbürokratischen Beitrag zur Überbrückung der nun zum Monatsende aufgetreteten Problematik auch zu leisten. Wir sind als Kreditwirtschaft und das möchte ich schon auch an dieser Stelle, erlauben Sie mir das nochmal betonen, ein verlässlicher Partner, der Herr Bundesminister hat schon gesagt, nicht nur in den guten, sondern auch in dieser außergewöhnlich schwierigen Situation. Und glauben Sie mir, dass trotz der schon angesprochen und in den letzten Jahren so umfangreich gewordenen regulatorischen Rahmen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Banken rasch und unbürokratisch, wie es nur irgendwie möglich ist, helfen werden. Weil uns ist natürlich bewusst, wer schnell hilft, der hilft auch doppelt. Das wird auch für uns in den Banken eine enorme organisatorische Herausforderung und es wird auch der eine oder andere Fehler passieren, aber wir sind wirklich da sehr bemüht. Aber ich kann Ihnen versichern, dass alle österreichischen Banken ihre Verantwortung geben über den Unternehmen in Österreich, der Wirtschaft und der gesamten Volkswirtschaft insgesamt. Wir sind uns da sehr bewusst und dass das nicht nur leere Worte sind, ich möchte die Zahlen nicht noch einmal erwähnen, glaube ich hat der Herr Bundesminister schon eben angeführt, nur nochmal trotzdem kurz die 22.000 Stundungen. Das 15-fache, die 6 Milliarden, die zusätzlich jetzt einmal auch außerhalb des Maßnahmenpakets hier in den letzten zwei Wochen und eben wie angesprochen, das ist ein dreifaches hier vergeben worden. Auch die ÖKB hat also hier Kreditgarantie im Ausmaß von 1,8 Milliarden schon bereitgestellt. Wir werden auch in den nächsten Wochen, und das kann Ihnen garantieren, alles daran setzen, dass wenn immer irgendwo auch zeitkritische Probleme, wie jetzt mit dem Thema Kurzarbeit und der Vorfinanzierung auftreten, pragmatische Lösungen zu finden. Ich glaube, das hat auch hier gezeigt, dieser Prozess, dass es uns sehr gut gelingt, in Österreich übergreifend hier tätig zu sein, alle notwendigen Personen sehr, sehr schnell an den Tisch zu bringen. Und das kann Ihnen garantieren, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese außergewöhnlich schwierige Zeit auch entsprechend damit gemeinsam bewältigen können. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Wir fangen mit Frau Dornhäuser an. Herr Minister, könnten Sie uns noch einmal kurz zusammenfassen, wie viele Anträge zur Kurzarbeit gibt es derzeit, und um welche Summen geht es da, und wie viele Leute sind da angemeldet, das wäre die eine Frage. Und die zweite, der Vizekanzler hat heute gemeint, dass dieser Härtefallfonds im Bezieherkreis ausgeweitet werden soll. Ist das so, wann und wann würde das kommen, und auf welchen Kreis würde das erweitert werden? Also zur ersten Frage, konkrete Zahlen hat das AMS, beziehungsweise das Arbeitsministerium. Ich habe gestern mit dem Johannes Kopf telefoniert, das sind Tausende, und es wird so schnell wie möglich versucht, hier abzuarbeiten, aber das braucht natürlich auch ein wenig Zeit. Das ist ein vielhundertfaches von dem, was normalerweise in normalen Zeiten reinkommt, aber hier weiß ich, dass auf Hochdruck gearbeitet wird. Zur zweiten Frage, die erste Phase dieses Härtefallfonds hat mit gestern gestartet, übers Wochenende arbeiten wir die zweite Phase aus. Da wird es natürlich Änderungen geben, sonst braucht es auch keine zweite Phase, und das kann ich Ihnen ab kommender Woche sagen, was da die genauen Kriterien sind. Die genauen Richtlinien sind zur Stundenausarbeitung. Gibt es, wenn es hier keine Fragen mehr gibt, dann würde ich zur Abwagung gehen mit den Fragen. Danke, ich habe mehrere Fragen. Erste Frage, EZB und FMA haben gestern den Banken empfohlen, auf Dividendenzahlungen zu verzichten. Herr Minister Blümel, stellen Sie sich hinter diese Empfehlung, und Herr Zadrasil, wie schauen das aus, werden die Banken sich daran halten? Der an mich gerechtete Teil, ich kann mich dieser Empfehlung anschließen. Ich glaube, die Empfehlung ist klar, das ist ein Thema der Hauptversammlung, und ich gehe mal auch davon aus, dass hier diesen Empfehlungen auch entsprechend Folge geleistet wird. Zweite Frage, es gibt in Deutschland ein Kreditmoratorium. Ist so etwas in Österreich geplant? Wir haben schon die Zahlen genannt, die darlegen, wie viele Stundungen es schon gegeben hat, aber wir werden eine einheitliche Lösung auf den Tisch legen. Da arbeiten wir auch zur Stunde daran. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens Mitte, Ende der Woche hier eine einheitliche, klare Lösung für alle haben. Es gibt im Handel zum Moment Unmut, dass die Lebensmittelketten auch Non-Food-Produkte verkaufen dürfen, während sie geschlossen haben. Ist dazu eine Lösung in Sicht? Wird darüber diskutiert, dass man Lebensmittelketten das untersagt? Es gibt in dieser gesamten Krise, seitdem wir sie erlebt haben, von Tag zu Tag neue Entwicklungen, neue Erkenntnisse. Wenn ich Ihnen vielleicht die Woche, die für mich sehr einprägsam war, nochmal Revue passieren lasse. Am Montag, den 9. März, habe ich noch meine ursprüngliche Budgetrede gehabt und an dieser gearbeitet und einzelne Begriffe und Beistriche ausgetauscht. An diesem Montag, den 9. März, ist noch eine OTS von einem österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut gekommen, wo drinnen gestanden ist, der Konjunktur, das zeigt keine Auswirkungen des Coronavirus auf die Konjunktur. Am Dienstag habe ich dann die Budgetrede überarbeitet und aus dem Überschuss von 300 Millionen ein Minus von 600 Millionen auf Basis von einer Einnahmenschätzungskorrektur gemacht. Minus 0,4% Wirtschaftswachstum. Am Mittwoch haben wir die Rede weggeschmissen und am Samstag haben wir das 4 Milliarden Euro Soforthilfepaket präsentiert, weil wir gewusst haben, es wird schlimmer. Das sage ich nur deswegen, weil wir ständig an Verbesserungen arbeiten. Ich weiß, dass es in vielen Bereichen Herausforderungen gibt. Wichtig ist aber, dass die notwendigen Bedürfnisse des täglichen Bedarfs auch abgedeckt sind und da auch ein Danke an alle, die an vorderster Front hier mitarbeiten. Ich habe eine, vielleicht an Herrn Zadrazil, die Garantien des Staates für die Haftungen belaufen sich in der Regel auf 80% des Risikos. Sie müssen also 20% des Banken tragen, was normalerweise langwierige Prüfungen auslöst. Wie ist es in diesem Fall? Können Sie die 20% ohne große Prüfungen übernehmen oder heißt das, dass doch dann einige Formalakte notwendig sind? Also 20% Risiko sind trotzdem 20% Risiko, aber und darum auch der große Appell immer von uns allen, wenn die Unternehmen zu ihrer Hausbank gehen, dann sind das zum Teil jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelange Kundenbeziehungen, wo die Kundenbetreuern und Kundenbetreuer die Unternehmen sehr gut kennen, die Liquiditätsbedarfe auch entsprechend einschätzen können. Und wir müssen auch hier, wie wir schon gesagt haben, trotz aller Anforderungen sehr flexibel und sehr unbürokratisch vorgehen und auch da wird es durchaus verkürzte Verfahren geben. Aber die Basis eben hier, glaube ich wichtig, dass man den Kunden kennt, darum auch wirklich die klare Empfehlung zur Hausbank zu gehen und auf diese langere Beziehung diese Gespräche aufzubauen. Wir versuchen hier auch seitens des Staates zu helfen und mit dem Prozentsatz der Garantie hinaufzugehen, wo es nur geht. Wir schauen gerade alle Richtlinien durch, alle Gesetze durch, um so weit hinaufgehen zu können mit der Staatshaftung wie nur irgendwie möglich. Es gibt hier Beschränkungen auf Basis des europäischen Beihilfenrechts, zum Beispiel das, was ich gelesen habe, dass die Schweiz machen kann für kleine Kredite, dass sie teilweise 100% Haftung übernimmt. Das können wir auf Basis der europäischen Vorgaben gar nicht. Hier versuchen wir auch auf europäischer Ebene darauf einzuwirken, dass das für kleinere Beträge möglich ist. Es gibt eine sogenannte De Minimis-Regel, wo es für ganz kleine Beträge möglich ist. Das hilft aber vielen mittleren Unternehmen momentan nicht. Deswegen schauen wir aber trotzdem, dass wir den höchstmöglichen Prozentsatz ausreizen, der noch irgendwie gangbar ist und vielleicht auch neue Instrumente finden, damit wir besser helfen können. Ich habe eine inhaltliche Frage. Sie haben gesagt, über die ÖHT 625 Milliarden Euro Garantien. Gestern hat aber die Frau Minister Köstinger gesagt, es werde auf eine Milliarde aufgestockt. 625, zusätzliche 625, auf insgesamt eine Milliarde Euro. Die ÖHT hat bisher ca. 300 Millionen Euro Garantievolumen und es wird aufgestockt auf insgesamt eine Milliarde Euro um ca. 625 Millionen Euro. Gut, danke. So viele zahlen, dass ich selbst nachschauen muss. Drum die Nachfrage. Danke vielmals. Ich glaube, ich habe alles. Die Frau Dannhaus hat noch eine Frage. Dann hätte ich noch eine Frage im Anschluss auch an die Frage des Kollegen, puncto Handelsunternehmen und Dinge des täglichen Bedarfs. Es gibt ja nicht nur Lebensmittel, die man so im täglichen Bedarf teilweise braucht. Es gibt immer mehr Anfragen auch von Familien, deren Kinder ja zu Hause auch Hausübungen machen sollen, dass z.B. Druckerpatronen ausgehen. Ist da gedacht, dass man da eine gewisse Lockerung in diesen Bereichen macht, dass auch andere Geschäfte noch aufsperren könnten? Es gibt hier ständig weitere Evaluierungen der Situation, aber mit der Forderung, dass wir Lockerungen vornehmen, wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Sie kennen die Zahlen, wie sie auch vom Gesundheitsminister und vom Innenminister präsentiert worden sind. Hier gibt es noch keine Entwicklung, die uns moralisch dazu berechtigt, Lockerungen vorzugeben. Denn es geht hier um Menschenleben. Wir müssen zuerst einmal dafür sorgen, dass sich die Ausbreitung des Virus so verlangsamt, dass wir auch im Gesundheitssystem kein Intensivbettenproblem bekommen. Und solange das nicht absehbar ist, würde ich von Lockerungen wirklich Abstand nehmen, auch von der Forderung. Ich habe noch eine letzte Frage von APA und dann… Brauchen Sie Sicherheiten für den Kredit für die Kurzarbeit, für den Überbrückungskredit für die Kurzarbeit? Ams-Bestätigung, ist das alles oder braucht zusätzliche Sicherheiten? Also wir versuchen ja, wie ich gesagt habe, die Unternehmen, die eben schon das AWS-Instrumentarium ausnutzen, dort auch da mit reinzubringen. Und für die anderen, sagen wir mal, wenn wir uns das sehr genau anschauen, aber in der Regel geht es hier um eine kurzfristige Überbrückung und auf Basis dieses AMS-Bescheids oder diese AMS-Genehmigung. Ich darf ja kurz einmal zu sagen, weil wir intendieren, bei der nächsten Gesetzespaketänderung, hier auch eine rückwirkende Haftung möglich zu machen über AWS-Garantien beispielsweise, damit das auch besser besichert ist, damit auch jetzt das Vertrauen da ist, dass der Kredit schnell gewährleistet werden kann. Noch eine Frage, wie viele Zinsen bzw. Gebühren verlangen Sie für diesen Überbrückungskredit? Also das ist ein Betriebsmittelkredit, der, ich sage mal, den in der jetzigen Situation gängigen Prozentsätzen oder Konditionen eines Betriebsmittelkredits entsprechen wird. Das war's, danke. Danke schön. Danke. Danke. Vielen Dank.